In diesem Video geht es noch einmal um die Simulation im Zeitbereich durch zeitliche Diskretisierung. Ich möchte zu den bereits in vorherigen Videos erklärten Verfahren, dem expliziten Euler-Verfahren, dem impliziten Euler-Verfahren und dem impliziten Trapezverfahren, deren Konvergenzbedingungen oder deren Stabilitätsbedingungen etwas detaillierter ausführen. Dieses explizite Euler-Verfahren war eben dieses sehr einfache Verfahren. Das explizit hieß, dass um den aktuellen Zeitschritt zu berechnen oder um Werte aus dem aktuellen Zeitschritt zu berechnen, nur Informationen aus den vorherigen Zeitschritten benötigt wurden. Das Problem dabei ist, dieses Verfahren hat dadurch nur begrenzte Stabilität. Das heißt, es kann selbst zur Oszillation neigen. Und diese Schwingungsneigung wird eben umso größer, je größer der Fehler ist, den man dabei macht. Und der Fehler, der Berechnungsfehler hängt eben ziemlich stark vom Zeitschritt ab. Das heißt, damit das Ganze stabil bleibt, dürfen sich die Werte in jedem Zeitschritt nur geringfügig ändern. Das heißt, der Zeitschritt darf nicht allzu groß werden. Deswegen ist diese Methode auch oder dieses explizite Euler-Verfahren auch bekannt als Methode der kleinen Schritte. Das implizite Euler-Verfahren dagegen ist stabil und es gibt dafür auch einen Fachbegriff. Man sagt, dieses Verfahren ist astabil. Dieser Begriff der A-Stabilität, der wurde von einem schwedischen Mathematiker Germond Dahlquist geprägt in den 1960er Jahren. Und was er mit A-Stabilität meint, ist das eigentlich sozusagen stark stabil ist oder sehr gut stabil ist. Aber solche Begriffe wie stark oder super kamen ihm halt irgendwie zu abgedroschen vor. Deswegen nannte er das A-Stabil. Und A-Stabilität meint eben, es entwickelt selber und dieses Verfahren neigt nicht zur Oszillation und entwickelt keine Oszillation. Und es gibt keine Einschränkungen der Zeitschritte aufgrund von Stabilitätsbedingungen. Deswegen ist dieses implizite Euler-Verfahren besonders dann interessant, weil es ja eben auch so einfach ist, wenn man Probleme hat, die irgendwie einen stabilen Endzustand angehen oder sich auf einen stabilen Endzustand einpegeln. Dann kann man dort eigentlich mit sehr großen Schritten, mit sehr wenigen Schritten rechnen, muss keine Fehler oder keine Oszillationen aufgrund dieses Stabilitätskriterien erwarten und rechnet dann eben am Ende seinen Endzustand aus. Man muss sich so ein bisschen überlegen, wo kommt halt, also warum hat man früher sehr viel Wert darauf gelegt, solche Stabilitätskriterien zu untersuchen? In den 1960er Jahren waren die Computer halt einfach mal ziemlich langsam, viel, viel, viel langsamer als heute. Und das heißt, wenn man da solche Rechnungen angeworfen hat, um irgendein Differenzialgleichungssystem zu lösen und der Herr Dahlquist, der eben diese A-Stabilität geprägt hat, der hat sich halt mit Wettervorhersagen beschäftigt, also auch bei Wettervorhersagen löst man im Endeffekt nichts anderes als Differenzialgleichung, dann ist es halt einfach mal sehr nervig, wenn man den Computer hat, eine Stunde, einen Tag, eine Woche simulieren lassen und am Ende feststellt, das ist alles Quatsch, was er ausgerechnet hat, weil das Lösungsverfahren eben zu sehr starken Oszillationen geneigt hat. Deswegen war es damals und ist auch heute noch immer noch sehr sinnvoll, über solche Stabilitätskriterien nachzudenken. Damals vielleicht noch mehr als heutzutage. Heutzutage kann man vielleicht auch einfach mal drauf lossimulieren und am Ende feststellen, also nach ein paar Bruchteilen von Sekunden oder vielleicht nach ein paar Sekunden feststellen, dass das alles Quatsch ist, was man simuliert hat, weil das Simulationsverfahren eben, ja, welche Fehler produziert hat, zum Beispiel Oszillationen. So, dieses implizite Trapezverfahren ist ebenfalls astabil, neigt also auch nicht zu eigenen Oszillationen und hat noch einen weiteren Vorteil. Aufgrund dieser Trapezgeschichte wird eben das Integral oder die Fläche unter dem Integral bei Lösen dieser Differenzialgleichung besser angenähert und deswegen hat man oder erhält man am Ende einen deutlich kleineren Amplitudenfehler bei Schwingungslösungen und bei bestimmten Schwingungslösungen kann man auch zeigen, dass es dort praktisch keinen Amplitudenfehler gibt. Also und deswegen, ich halte das hier mal noch sehr fest, sehr kleiner Amplitudenfehler und deswegen ist diese dritte Variante, dieses implizite Trapezverfahren, dann in der Praxis tatsächlich das Mittel der Wahl, häufig um Differenzialgleichungen zeitlich diskret numerisch zu lösen, zum Beispiel, wenn man eben elektrische Netzwerke mithilfe der Knotenspannungsanalyse oder der modifizierten Knotenspannungsanalyse zeitlich diskret numerisch im Zeitbereich berechnet.